Damit ihr natürlich auf Twitch livestreamen könnt, braucht ihr ein Konto auf Twitch. Das heißt, ihr solltet euch auf Twitch ein eigenes Benutzerkonto erstellen. Und dabei möchte ich euch aber vorher noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Wenn ihr euer Benutzerkonto erstellt, achtet bitte darauf, welchen Benutzernamen ihr wählt, denn der ist danach später auch euer Kanalname. Und achtet auch bitte darauf, dass ihr die korrekten Datumsangaben für euer Geburtsdatum wählt. Denn solltet ihr da mogeln, damit ihr Twitch nutzen dürft, weil ihr unter 13 Jahre alt seid und später, wenn ihr über 13 Jahre alt seid, das ändern wollen. Das geht nicht. Also macht es euch da nicht schwer, nehmt die richtigen Angaben. Wünscht euch gerne ein eigenes Logo oder ein gesamtes Overlay-Paket, was kein anderer Streamer nutzt und nur für euch angefertigt wird? Dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal Fiverr anschauen. Bei Fiverr handelt es sich um einen Online-Marktplatz, auf dem ihr unter anderem sehr viele Designer findet, die euch eure Wünsche in Form von Overlays, Logos, Emotes und vielem mehr erfüllen können. Einfach in der Suche nach Twitch-Overlay oder eurem Wunsch suchen und schon bekommt ihr eine Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten. Und habt ihr erst etwas gefunden, was euch gefällt? Könnt ihr euch das ganz genau im Detail anschauen. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, so klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1289.tv slash Fiverr. Alleine schon auf der Website von Twitch könnt ihr für euren Kanal sehr viel Zeit investieren. Ich möchte hier das Ganze aber relativ zügig durchführen, damit wir uns auf die konkreten und wichtigen Themen stürzen können. Alles andere könnt ihr nach und nach ausbauen und das ist auch gar nicht problematisch. Anfangen solltet ihr erstmal, wenn ihr euch eingeloggt habt bei Twitch, mit dem Creator-Dashboard. Das heißt oben rechts auf das Icon klicken, Creator-Dashboard. Dies ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt eures Streams, denn dort habt ihr den Chat, dort habt ihr Events, dort könnt ihr alle Einstellungen tätigen und dort seht ihr auch, wie viele Follower oder Abonnenten ihr später habt. All das wird dort zusammengefasst. Die erste Ansicht des Creator-Dashboards, die ist auch anpassbar. Im Standard seht ihr dort schnelle Aktionen, die ihr auf eurem Kanal durchführen könnt. Ist im Endeffekt nur wichtig, denn hier dieser eine Punkt, Stream-Info bearbeiten, den braucht ihr auch gleich von Anfang an. Darüber bekommt ihr eine Ansicht, in der ihr den Titel für euren Stream ändern könnt. Ihr könnt außerdem eine Live-Benachrichtigung eingeben, die euren Followern gesendet wird, wenn ihr live geht, wenn sie dann die Benachrichtigung eingeschaltet haben. Ihr könnt die Kategorie wählen und das ist bei Twitch unglaublich wichtig, denn hier gebt ihr ein, in welcher Kategorie euer Stream gelistet werden soll. Wenn ihr also Battlefield zum Beispiel streamt, dann gebt ihr hier Battlefield ein und wählt das Ganze aus. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, damit ihr auch gefunden werdet. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, hier Tags zu vergegen. Mit den Tags könnt ihr dann euren Content nochmal ein bisschen spezifizieren. Das heißt, Leute, die nach Tags suchen, finden euch dann besser. Und ihr könnt die Stream-Sprache einstellen. Die solltet ihr natürlich auf Deutsch stellen. Mit Fertig wird das Ganze aktualisiert. Und wenn ihr das vor dem Starten euren Streams macht, dann seid ihr auf jeden Fall mit dem richtigen Titel am Streamen und auch mit der richtigen Kategorie. Ihr könnt während des Streams die Kategorie ändern, das ist gar kein Problem. Und auch den Titel in eurer Stream-Aufzeichnung, da kommen wir gleich zu, wird aber immer der Titel und die Kategorie genommen, die ihr zuvor eingegeben hattet. Was seht ihr im Creator-Dashboard noch? Ihr seht einmal euren Stream, den könnt ihr hier anschauen, würde ich euch nicht empfehlen. Da könnt ihr dann jederzeit hier über Player verbergen das Ganze ausschalten. Ausschalten, denn A zieht das Leistung, wenn ihr euren Stream gleichzeitig auf dem PC schaut, auf dem ihr auch streamt, und B kann das für Audio-Rückkopplungen sorgen. Auf der linken Seite habt ihr den Aktivitäts-Feed. Da seht ihr dann, wer als letztes gefolgt hat oder wer als letztes zum Beispiel euch subscribed hat, wenn ihr später Affiliate seid. Und ihr seht euren Chat. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr am Anfang braucht. Wir wollen jetzt aber ein paar Basiseinstellungen machen und dafür wechseln wir auf der linken Seite. Wenn das Ganze bei euch eingeklappt ist, könnt ihr das hier aufklappen. Einmal unter Einstellungen und dann Stream. Unter Einstellungen Stream seht ihr euren primären Stream-Schlüssel. Den solltet ihr auch niemals irgendwie weitergeben, denn über diesen Schlüssel können andere Leute auf eurem Kanal streamen. Wichtig für euch wäre auf jeden Fall hier das Häkchen zu setzen für frühere Übertragungen speichern. Dadurch werden eure Streams gespeichert und ihr könnt sie im Nachgang, wenn ihr den Stream beendet habt, anschauen, was euch erstmal hilft, das Ganze zu verbessern und später sicherer zu werden. Wechselt ihr dann auf der linken Seite auf Kanal und dort auf Info habt ihr noch die Möglichkeit, einmal eure Kanalseite anzupassen. Hier könnt ihr unter anderem euren Anzeigenamen ändern. Ihr könnt aber auch eine Biografie schreiben, die dann eure Zuschauer, wenn sie auf euren Kanal gehen, lesen können. Und ihr könnt hier, seht ihr das Ganze, auch Social Media Accounts verlinken. Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr weitere Social Media Kanäle habt, dass ihr einmal hier unten zu Social Media Links geht und dort Kanäle verknüpft. Das Ganze sieht dann wie folgt aus, wenn ihr noch keine verknüpft habt, könnt ihr hier einen Titel vergeben für diesen Social Media Kanal. Zum Beispiel würde ich jetzt hier FAQ verlinken und ich würde dort einen Link einfügen und hinzufügen klicken. Das Ganze wird hier automatisch eingefügt. Ihr seht es dann hier oben auch, wie es aussehen wird. Und ihr könnt hier über diese Punkte das Ganze in der Reihenfolge verändern oder über das Buntstift-Icon bearbeiten. Eure Zuschauer sehen dann nämlich folgendes. Wenn ihr hier oben rechts auf das Icon klickt und dann auf Kanal, dann kommt ihr auf eure Kanalseite, die auch die Zuschauer sehen können. Und dort würde dann unter Info genau das angezeigt werden, was ihr gerade eingegeben habt. Nämlich einmal die Biografie, der Anzeigename und auch die verknüpften Social Media Links. Mehr braucht ihr erstmal nicht. Die Panels unten, das kann man alles später machen. Offline-Banner kann man später machen. Wir wollen ja erstmal zügig an den Start kommen. Machen wir weiter mit dem zweiten Schritt. Das wäre die Streaming-Software. Und da würde ich euch OBS Studio empfehlen. Kann am Anfang ein wenig überfordernd aussehen. Aber das ist die Software, mit der ihr wirklich in Zukunft auch am meisten Spaß haben werdet und auch am meisten machen werden könnt. Die Software habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort kommt ihr auf die Seite und könnt einfach den Installer herunterladen und installieren. Startet ihr OBS Studio zum allerersten Mal, bekommt ihr den Autokonfigurationsassistenten. Klickt den weg. Den braucht ihr nicht. Wir machen das jetzt einmal händisch. Also auf Abbrechen. Und schon seht ihr OBS. Welche wichtigen Bereiche gibt es in OBS? In OBS habt ihr einmal diesen schwarzen Bereich. Das ist eure Basisleinwand. Das ist die Anzeige, in der ihr verschiedene Quellen, also Elemente drauflegen könnt und was nachher der Stream sieht. Dann habt ihr auf der linken Seite Szenen. Das sind verschiedene Ansichten. Und innerhalb einer Szene gibt es mehrere Quellen. Die seht ihr hier unten. Das sind die einzelnen Elemente des Streams. Außerdem solltet ihr in der Basisansicht die Steuerung sehen. Darüber könnt ihr den Stream starten, könnt in die Einstellungen wechseln oder OBS Studio beenden. Und ihr habt auch noch einen Audio-Mixer. Der wird bei euch hier unten angezeigt werden. Ihr könnt aber diese Elemente verschieben. Das heißt, wenn ihr auf so ein Element klickt, das Ganze ist hier unten, dann könnt ihr es einfach per Drag & Drop woanders hinziehen, um ein wenig zu individualisieren. Wir beginnen jetzt erstmal mit unserer Basisleinwand. Das heißt, wir gehen hier unten in die Einstellungen und bei den Einstellungen dann einmal zu Video. Die Basisleinwand ist das Wichtigste zu Beginn. Hier solltet ihr für Twitch vor allem die Basisleinwand auf 1920x1080 stellen. Egal, ob euer Monitor jetzt 2K oder 4K hat, hier 1080p einstellen. Denn 1080p ist das aktuell offizielle Maximum, was ihr an Twitch senden könnt. Und auch alle Overlays, die ihr überall herbekommt, die sind auf 1080p ausgelegt. In welcher Auflösung ihr später streamt, stellt ihr unter Skalierte Ausgabeauflösung ein. Und da würde ich euch empfehlen, erstmal mit 1280x720 zu beginnen. Ihr wollt ja am Anfang erstmal einfach einen flüssigen Stream bringen. Optimieren kann man immer noch. Skalierungsfilter könnt ihr dann hier auf Landschaus stellen und die üblichen FPS-Werte auf 60. Es sei denn, ihr streamt zum Beispiel nur Just Chatting. Da braucht ihr keine 60 FPS, da könntet ihr auch in 30 FPS streamen. Dann auf Übernehmen. Und der nächste Punkt ist, dass wir unseren Twitch-Account verbinden mit OBS. Dafür einmal hier auf Stream wechseln und dort als Plattform Twitch auswählen. Dann auf Konto verbinden und dann loggt ihr euch einfach mit eurem Twitch-Account hier ein. Nachdem ihr dann euer Twitch-Konto verbunden habt, sieht das Ganze so aus. Ihr habt einmal die Möglichkeit, noch einen Server auszuwählen. Anfangs auf Automatisch lassen. Ihr könnt hier einen bandbreiten Test-Modus aktivieren. Das ist einfach, um einen Test-Stream zu machen, der aber nicht online zu sehen ist. Solltet ihr euch mal wundern, dass ihr den Stream startet, aber euch die Zuschauer auf Twitch nicht sehen können, also dort der Stream nicht online geht, habt ihr hier den bandbreiten Test-Modus drin. Den einfach rausnehmen, dann ist das Problem auch gelöst. Hier unten habt ihr dann noch ein Häkchen, was ihr unbedingt setzen solltet. Ihr könnt Empfehlungen für Einstellungen der Streaming-Plattform ignorieren. Hat einfach den Vorteil, dass eure Encoder-Einstellungen, wo wir auch später zu kommen, genommen werden und das Ganze nicht überschrieben wird. Und was dann passiert ist, dass hier so kleine Boxen aufploppen, denn ihr habt nun die Twitch-Integration aktiviert. Wir beenden das mal über OK und dann können wir hier uns den Chat zum Beispiel mal schnappen und wir können uns auch die Stream-Informationen schnappen. Durch dieses Drag-and-Drop-System könnt ihr das Ganze jetzt hier reinpacken, wo ihr es haben wollt und habt somit direkt aus OBS auch die Möglichkeit, euren Stream-Titel zu ändern, den Chat mitzulesen oder die Kategorie zu wechseln. Als nächstes brauchen wir noch einen Encoder. Der Encoder ist dafür da, euren Ton und auch das Video zu encodieren und an Twitch zu senden. Das Ganze könnt ihr hier unter Einstellungen finden und dann Ausgabe und dort gibt es die Möglichkeit, den Ausgabemodus auf einfach zu lassen. Lasst es erstmal auf einfach, ich sage euch aber, das stellt ihr später um, denn dann könnt ihr nämlich für euer System die genau passenden Settings rausfinden. Das heißt, ihr stellt hier eine Video-Bitrate ein. Da würde ich schauen, dass ihr guckt, welchen Upload ihr zur Verfügung habt bei euch zu Hause. Normalerweise für 720p, also für dieses Video, würde ich euch empfehlen, auf die 4000 zu gehen, vielleicht auch 4500. Dann wählt ihr einen Encoder aus. Ein Hardware-Encoder ist hier immer erstmal die bessere Wahl, anstatt über die CPU zu gehen. Das heißt, gerade wenn ihr NVNC habt, nehmt ihr Hardware und das war es dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, die Tipps, wie ihr das nachher wirklich konkret, professionell auf euer Setup gemünzt einstellt, die verlinke ich euch unter dem Video, kommen wir aber zum Ende des Videos. Dann auf OK und im Endeffekt seid ihr jetzt schon fertig. Ihr könntet den Stream starten und das Ganze würde laufen. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Spiel, was ihr einbinden wollt und eine Webcam und natürlich das Audio. Beginnen wir mit dem Audio und da halten wir das Ganze natürlich auch relativ simpel. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ihr einmal auf Audio gehen, einmal Kopfhörer verwendet und ein Mikrofon. Dann würdet ihr hier einfach alles auf deaktiviert stellen, bis auf Desktop Audio 1. Da wählt ihr dann eure Kopfhörer aus. Gehen wir mal davon aus, Standard sind jetzt meine Kopfhörer und bei Mikrofonen AUX Audio wählt ihr euer Mikrofon aus. Hier nehme ich jetzt zum Beispiel das Mikrofon von meiner Webcam. Nehmt bitte niemals ein Mikrofon von einer Webcam. Danke. Und dann klicke ich einfach auf Übernehmen. Was nun passiert ist, wenn ich das Ganze hier einmal mit OK beende, dass ich auf der rechten Seite im Audio Mixer oder halt unten, je nachdem wo euren Audio Mixer habt, habe ich meine Audio Ausschläge. Das heißt, hier sehe ich einmal mein Mikrofon und hier sehe ich auch das Desktop Audio. Also das Audio, was auf meinem PC wiedergegeben wird, zum Beispiel von dem Spiel, was ich spiele oder von Spotify oder von Discord. Das kann man auch viel, viel breiter aufbauen, aber auch das würde hier das Video killen. Deswegen habe ich auch dafür die Infos unten in der Videobeschreibung. Damit habt ihr auch ein Basis-Audio-Setup und was jetzt nur noch fehlt, ist das Spiel und vielleicht auch eine Webcam. Da kommen wir wieder zu den Szenen und den Quellen. Wir bleiben hier erstmal bei einer Szene, damit das Ganze auch nicht überfordert und fügen nur die Quellen hinzu. Die Quellen sind im Endeffekt genau die Elemente, die ihr auf der Basis-Leinwand positioniert, die der Stream später sehen kann. Das heißt, wir gehen hier einmal auf das Plus bei den Quellen, dann nehmen wir einmal die Spielaufnahme. Damit könnt ihr euer Spiel einbinden in den Stream. Hier lassen wir das Ganze auf beliebige Vollbild-Anwendung, denn wir spielen unser Spiel in Vollbild. Und was wir als letztes nur machen, ihr seht jetzt oben links einen roten Punkt. Das heißt, da würde euer Spiel dann kommen, wenn ihr das Spiel startet. Die Spielaufnahme kann das Spiel erst zeigen, wenn das Spiel gestartet ist. Wir gehen einmal hier auf die Spielaufnahme, rechtsklick, transformieren, an Bildschirm anpassen. Jetzt seht ihr, der rote Rahmen ist auf der gesamten Basis-Leinwand. Top! Wir sperren das Ganze hier über das Schloss-Symbol und fügen nur noch unsere Webcam hinzu. Das heißt, einmal auf das Plus, Videoaufnahmegerät, da sagen wir dann, wir haben zum Beispiel eine Logitech C920. Dann auf OK. Hier wählen wir dann bei Gerät noch unsere Webcam aus. Diese würde ich auch direkt von Anfang an auf 16 zu 9 stellen. Das heißt, hier einmal die Auflösung auf Benutzer definiert. Die Auflösung dann zum Beispiel auf 1920x1080. Videoformat auf MJPEG. Fertig. Jetzt kann ich diese Quelle noch kleiner ziehen über diese roten Kanten, die ihr hier an den Seiten findet. Das heißt, ich gehe an so eine Kante, ziehe das Ganze kleiner, packe meine Webcam hier hin, sperre das Ganze einmal. Entsperren könnt ihr auch jederzeit, indem ihr wieder auf das Schloss-Symbol klickt. Fertig. Der Stream ist ready to go und das Einzige, was ihr nun noch machen müsst, ist, hier unten rechts auf Stream starten zu klicken. Ich kann auch nur noch sagen, viel Spaß jetzt beim Starten mit eurem eigenen Stream und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!